Musik Fast jede Gemeinde hat einen. Mal machte er sich mehr beliebt, mal leider etwas weniger. Die Rede ist vom Bürgermeister. Welche Aufgaben er täglich zu erfüllen hat und warum man hier oft einen breiten Buckel braucht, erklärt Konrad Binder, Bürgermeister von Haag am Haus Rock. Welche Aufgaben hat ein Bürgermeister zu erfüllen? Nun, die Aufgaben eines Bürgermeisters sind grundsätzlich aufgrund der gesetzlichen Vorgaben geregelt. Der Bürgermeister vertritt die Gemeinde nach außen. Einerseits in Verbänden, wo man mit organisiert ist oder in Vereinen. Dieses Vertreten der Gemeinde kann aber auch im Sinne von Repräsentationsaufgaben sein. Da geht es von Eröffnungsfeiern bis hin zu traurigen Aufgaben wie beispielsweise Grabreden. Andererseits gibt es dann Bauordnung, Veranstaltungsgesetz, wo geregelt ist, dass der Bürgermeister Baubehörde, Veranstaltungsbehörde ist. Weiters vergibt der Bürgermeister Bau und sonstige Aufträge bis zu einer gewissen finanziellen Höhe. Das ist auch in der Gemeindeordnung geregelt und kommt darauf an, was für ein Budget in dieser Gemeinde in der jeweiligen zur Verfügung steht. Bei so viel Arbeit braucht es natürlich eine ordentliche Stärkung. Der Tagesablauf eines Bürgermeisters ist schließlich streng getimt. Was macht ein Bürgermeister eigentlich den lieben langen Tag? Na ja, was mache ich den ganzen Tag? Viel Kaffee trinken. Nämlich aus dem Grund, weil ein großer Teil meiner Arbeit aus Besprechungen besteht. Ich würde fast sagen, 50 Prozent meiner Zeit sitze ich mit irgendwen beinahnt und bespreche verschiedene Themen. Das können Gemeindemitarbeiter sein, mit denen man etwas macht. Das können Projektanten sein, Bürger sein, die irgendetwas in der Gemeinde machen wollen. Mein Tag beginnt meistens damit, dass ich Post mache. Da habe ich Stöße an Post vor mir liegen, die einfach den letzten Tag hereingekommen sind. Und da vergeht gleich mal eine Stunde. Gleiches gilt dann natürlich für E-Mails. Und wenn man sich anschaut, bei uns in Haag gibt es beispielsweise pro Jahr ca. 30.000 Buchungsbelege. Das sind Buchungen, wo ich als Bürgermeister das freigeben muss. Und 30.000 pro Jahr, da kann man sich vorstellen, wie viel das jeden Tag ist, mit wie viel man sich da befassen muss. Im Endeffekt ist das Aufgabengebiet eines Bürgermeisters ein sehr breit gefächertes. Es reicht eben vom Tagesgeschäft über Planungen, über Flächenwidmung, über Personal. Da muss man auch einmal so weit sein, zu sagen, okay, wo braucht man Experten, wo braucht man einen Planer, wo braucht man einen guten Amtsleiter und was kann man selbst machen. Aber nicht nur fachliche, sondern auch psychologische Kenntnisse sind in diesem Beruf definitiv von Vorteil. Was macht der Bürgermeister, wenn sich die Bürger einfach nicht einig werden? Da kann man als Bürgermeister schon beitragen, einfach im Sinne eines Mediators zu versuchen, dass man die Leute wieder an einen Tisch bringt. Und oft sind es Kleinigkeiten und Missverständnisse, die in einem guten Gespräch und beim Café ausgeredet werden können. Bei einem guten Café plaudert es sich ja auch um einiges entspannter. Mussten Sie je eine Entscheidung treffen, die Ihnen so gar nicht schmeckte? Ja, es kommt immer wieder vor, dass man etwas macht, wo man eigentlich aus dem Gefühl aus sagt, anders wäre es gescheiter. Aber das Gesetz gibt es einfach so vor. Ein Beispiel sind Wasseranschlussverpflichtungen. Wieso muss man jemanden zwingen, sich an die Gemeindewasserversorgung anzuschließen, nur weil es das Gesetz so vorsieht? Das sind Sachen, die wirklich nicht schmecken und wo man auch wirklich immer wieder ein bisschen hadert. Aber wenn man es nicht macht, ist es sofort Amtsmissbrauch. Miterlebt hat er in den vergangenen Jahren als Bürgermeister schon so einiges. Missen möchte er diesen Job aber keinesfalls. Haben Sie es je bereut, Bürgermeister zu werden? Ich bin jetzt seit dem Jahr 2009 Bürgermeister und nein, ich habe es nie bereut. Und natürlich gibt es Momente, wo man sich denkt, wieso tut man sich das an? Natürlich gibt es schlaflose Nächte, wo man denkt, Maria, was habe ich am nächsten Tag alles zu tun? Und natürlich gibt es Situationen, wo man einen breiten Buge braucht. Aber unterm Strich ist es eine sehr schöne Aufgabe, für eine Gemeinde da zu sein und für eine Gemeinde das Beste zu wollen. Ein großer Vorteil aus meiner Sicht ist, dass es durchaus möglich ist, das Bürgermeisteramt sehr gut mit der Familie zu vereinen. Ich habe es immer geschafft, meine Kinder in den Kindergarten oder in die Schule zu bringen. Ich kann mit ihnen Hausbogen machen, ich kann mir meine Termine selbst einteilen. Und ja, das ist auch eine Art von Qualität dadurch.